Hinter uns rechts ist ein Panzer. Wir sind fast down. Drück 3 am besten. Das hilft aber jetzt glaube ich auch gleich nicht mehr. Okay ich bin raus. Ich bin auch raus. Wo im allerletzten Moment. Im allerletzten Moment. Michi kommst du zu dir? Ich muss gerade jemanden anbringen. Achso ja. Ich habe gesagt ich habe verfehlt worden und nun ist es weg. Wo bist du? Bei B aber da ist ein feindlicher Panzer. Feindlicher Panzer in Sicht. Da hat sich das angekläter gesichtet. Sollen wir hier raus? Oh der hat was geworfen. Granate. Lebst du noch? Ja. Ja. Du auch? Ja. Bin drin im Gebäude. Komm mal. Da oben ist keiner oder? Nein. Feind. Oh scheiße scheiße scheiße. Oh scheiße scheiße. Granate werfen die. Scheiße. Die wissen wo wir sind. Granate. Hast du Health? Oh ja. Ich fahre da nicht hin grad. Ich bin verpackt. Ich bin verpackt. Ja ne. Unter der Treppe grad. Oh äh. Michi da kommt da kommt da kommt rein. Robin. Oh das war Arsch knapp. Ich bin tot. Ne ich lebe noch. Ich bin fast tot. Hier. Hier. Wenn du brauchst. Sanate. Ich lebe immer noch. Jetzt bin ich fast tot. Michi. Ich bin tot. Das ist unten. Unten direkt in der Mühle drin. Nein. Ich hab ihn noch. Keine Ahnung. Ich wurde wiederbelebt. Ich auch. Boah. Blöck. Boah. Wir haben nicht schon. Nachdem ist irgendwie meine Maus rum. Ich weiß. Ich wurde getroffen. Da hat noch 5 HP. Fühlt sich so. Ich hab's noch total verwackelt grad irgendwie. Meine Maus ist irgendwie. Ah. Gift gehört. Ah. Ich bin tot. Ich bin rausgerannt. Und dann scharfschützen. Kann ich dich holen? Nein, nein, nein. Ich komm rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Hier. Munition für dich. Arschknappe ey. Das Ding. Oh. Ich komm gerade nicht rein. Ähm. Komm ich gar nicht raus. Doch nicht. Das sind überall scharfschützende. Ich bin tot. Scharfschützende. Kannst du mich noch erwischen? Oder bist du auch tot? Weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht. Tod? Ja. Ich warte noch. Vielleicht werde ich... Ich werde wurde wiederbelebt. Ja, fuck. Ich hab's zu schlecht gewinnen. Oh. Schon weggeklickt. Aber wir können das gewinnen. Es ist knapp. Ein bisschen. Wie viel haben wir gerade? Ja. Wir haben 40 Punkte Vorsprung. Ist nicht viel. Alter. Hier drin musste auf jeden Fall die ganze Zeit eine Gasmaske tragen. Hier hab ich gemerkt. Hier hat die Ebene. Komm. Die Kavallerie ist da. Wir sind mit zwei Panzern jetzt vor Ort. Ja. Da wird nichts mehr passieren. Ja. 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 Ich bin fast hoch. Ich bin fast hoch von dem... Oh nein. Dreck vom Panzer bin ich gestorben. Wir kontrollieren alle Einsatzzeiten. Ich werde wiederbelebt. Nice. Ich komm rein. Wow. Alter, das weiß. Wir haben fast alle Punkte bis auf C gerade. Okay, C. Nein. Da. Ich wollte das Wachsoldat kick. Seit vor uns war ein Wachsoldat. Oh. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. 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 Weg, weg, weg. Eine gefährliche Gegend hier. Ja, echt. Also den Urlaub plant ich im nächsten Mal. Nicht in, nicht in, in Afrika. Ne? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ah, dann. Powers, ne? Powers? Ja, Mörser, genau. Von dem. Ah. Was ist das? Ja. jetzt recht 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 nicht ich bin fast tot ich sehe nix ich sehe wirklich gar nix ich auch nix nur grauer bildschirm kann noch nicht mal ein zentimeter sein gleich tot und tot kannst du mich heilen ne scheiße bist du barrennt was machen die anderen denn eigentlich ich hab den mit der spritze umgebracht ja auch was ist da kommt noch einer ich hab den einen mit der spritze umgebracht ich hab den gar nicht erwischt fuck ich hab mit der spritze auf ihn geschlagen also was hat geschlagen ne gespritzt er ist nicht tot noch mal gespritzt dann ist er tot er sieht mich nicht ne deswegen hat das A gestalt ich sage ich ein ok jetzt A jetzt will ich A erobert sehen bleib bei B bleib bei B mich lieb meinst du ja die übernehmen grad A aber wir wollen die stehen nicht in B verlieren ok sehr oh scheiße wir werden irgendwann verbrechen ja ich bin wahrscheinlich da scheiße da waren 5-6 Leute oder so hab 2 von überall ich bin tot ne da kommen noch mehr die heilen ihre Leute wieder die sind zu viel ne ne geht nicht ich hab noch so viel mitgenommen wie es ging versuch bei dir versuch zu überleben scheiße wir müssen C einnehmen dann haben wir es und dann irgendwie versuchen zu halten das knapp das knapp das knapp das knapp das knapp das ist so knapp kannste mal ja wenn ich es hier werfen könnte ja egal hier liegt ne ich bin schon weiter ich bin schon weiter gelaufen ich bin tot wir verlieren leider lasst einer ja 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 Okay, von mir ist wieder abgeschüttet. Oh nein. Ich warte, dass du raus bist, weil du bist nämlich noch im Panzer drin. Ja, also eigentlich sollte ich raus sollen. Ja, jetzt bist du raus. Oh Gott, mit dem Panzer den Berg runter. Ja. Ja, das ist das Gute. Yo, ich drehe mich einfach mal ein bisschen so. Dann lass mal rückwärts fahren, das ist geil. Rückwärts fahren ist scheiß drauf zu sehen, wo wir hinfahren. Oh, scheiße, nein, wir drehen uns, wir drehen uns, nein, nein, nein. Oh Gott. Wir leben noch. Hey, wir sind erfolgreich den Berg runter gekommen. Oh, die haben jetzt Luftschiff. Oh, die haben jetzt Luftschiff. Wir sind weg. Wir sind weg. Ich mach kurz aus. Okay. Ich mach kurz eine Pause. Jetzt gleich. Ja, ich hör gleich gleich auf. Okay. Und da ist das. Oh, ich mach. Die sind weg. Ich mach. Ich mach. Ich mach. Ich mach. Einsatzstil Albert erobernt. Ja! Wuh! Geile Scheiße! Holy moly! Wooooh! Shit! Michi, willst du gleich noch weiter mit den 4-Zocken oder? Ich habe vor, jetzt kurz eine Pause zu machen, um es gleich auch. Und danach wollte ich eventuell... Black schon. Ähm, Rainbow spielen. Okay, dann können wir gleich Rainbow spielen. Okay, gut. Erklimme. Erklimme ist weg. Oh, das war. Okay. Erklimme. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020